Zwei junge, hübsche Frauen waren im Abstand von drei Jahren mit demselben Mann zusammen und kamen beide unter ähnlichen Umständen ums Leben. Trotz widersprüchlicher Aussagen, Augenzeugenberichten und Beweise für Übergriffe in der Partnerschaft wurde in beiden Fällen davon ausgegangen, dass diese Frauen es sich selbst angetan haben. Dies ist der traurige Fall von Sandra Stevens und Holly Sjostrom. Sandra Stevens lebte zusammen mit ihrem Freund, mit dem sie seit zwei Monaten zusammen war, in Oklahoma City. Sein Name wurde der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben, da er keiner Straftat angeklagt wurde. Ihr Freund war ein geschiedener Armeeveteran. Er lernte Sandra im Herbst 2014 auf einer Party kennen und die beiden begannen, sich zu verabreden. Als die 21-jährige Sandra, die als Kellnerin arbeitete, ihren Eltern einen Monat später mitteilte, dass sie zu ihrem Freund ziehen würde, baten sie sie, es sich noch einmal zu überlegen. Schließlich kannte sie ihn gar kaum, aber Sandra war jung und verliebt und ihr Entschluss stand fest. Einen Monat später war Sandra verstorben. Am 6. Dezember 2014, um 4.53 Uhr morgens, tätigte ihr Freund einen beunruhigen Anruf bei der Polizei. Er erzählte dem Disponenten ruhig, dass seine Freundin auf sich selbst eine Kugel abgegeben hatte. Sandra verstarb noch am Tatort. Wie sich herausstellte, war dies nicht das erste Mal, dass dieser Freund einen solchen Anruf bei der Polizei getätigt hatte. Er erzählte dem Disponenten freiwillig, dass sich seine damalige Freundin, die 22-jährige Holly Sjostrom, nur dreieinhalb Jahre zuvor das Gleiche angetan hatte. Wie Sandra war auch Holly zu diesem Zeitpunkt erst seit zwei Monaten seine Freundin. Er erzählte der Polizei, dass Sandra Antidepressiva nahm und sich eine Woche zuvor schon versucht hatte, sich selbst zu schneiden. Jedoch wurden keine Anzeichen von Verletzungen an ihrem Körper gefunden. Auch bei Hollys Ableben im Jahr 2011 erzählte er der Polizei die gleiche Geschichte. Sie sei depressiv gewesen. Sandra und er lebten mit drei Mitbewohnern zusammen. Einen Mann namens Caleb und einem Paar namens Austin und Kiali. Alle drei lebten erst seit zwei Wochen mit Sandra und ihm zusammen und gaben zu, dass sie sich meistens zurückgezogen haben. Sie sagten der Polizei, dass es keine Anzeichen von körperlicher Übergriffe auf Sandra gab. Aufgrund dieser Aussage und die Schilderung von ihrem Freund wurde ihr Ableben so gewertet, dass sie sich es selbst angetan hat. Aus nicht bekannten Gründen wurde keine Autopsie durchgeführt. Was viele nicht bedenken ist, dass Übergriffe in der Partnerschaft meist nicht nur körperliche, sondern auch seelische und emotionale Wunden hinterlässt, die durch Zwangskontrolle wie Drohungen, Demütigung, Verfolgung und Isolation entstehen. Die Opfer halten die Übergriffe oft geheim, was nicht schwer ist, wenn man bedenkt, dass es keine sichtbaren Flecken gibt. Sandras Eltern beharrten darauf, dass sie ein glücklicher, positiver Mensch war, der sich nie etwas selbst angetan hätte und auch noch nie eine Waffe in der Hand gehabt hatte. Sie behaupteten, dass sie keine psychischen Probleme in der Vergangenheit hatte. Es stimmt zwar, dass die meisten Eltern nicht alles über ihre Kinder wissen, aber Sandra hat sich ihren Eltern gegenüber ihrer Beziehung zu ihrem Freund geäußert, bevor sie verstarb. Wenige Stunden vor ihrem Ableben besuchte Sandra ihre Eltern und teilte ihnen mit, dass sie sich von ihm trennen wolle, weil er emotional übergriffig wäre und dass sie wieder nach Hause ziehen wolle. Nach Aussage von Sandras Eltern ermutigten sie sie, ihn zu verlassen und sagten, dass ihre Tür immer offen sei. Sandras Mitbewohner Austin hatte jedoch eine andere Geschichte. Er behauptete, dass sie, nachdem sie von einem Besuch bei ihren Eltern zurückgekehrt war, ihm erzählte, dass die sie sie nicht nach Hause zurückkehren lassen wollten. Er sagte, Sandra sei verärgert gewesen, weil sie das Gefühl hatte, nirgendwo hingehen zu können, was im Widerspruch zu den Aussagen ihrer Eltern stand. Wenn Sandra die Trennung gewollt hätte, wäre es unwahrscheinlich, dass sie sich aus Verzweiflung über die Trennung etwas angetan hätte. Wenn sie jedoch wirklich das Gefühl hatte, dass sie nirgendwo hingehen kann, war sie vielleicht verzweifelt genug, um dies zu tun. Beide Seiten sind seitdem bei ihren Geschichten geblieben und es ist unklar, welche von ihnen die Wahrheit gesagt hat. Das Schlafzimmer von Austin und Kiali lag direkt neben dem von Sandra und ihrem Freund. Kiali erzählte der Polizei, dass sie die abgegebene Kugel verschlafen habe, während Austin sagte, er sei dadurch aufgeschreckt worden, worauf er hin in den Flur lief und den Freund fand, der mit Caleb darüber sprach, ob die Polizei es verdächtig finden würde, dass die Waffe ihm gehörte. Der Freund sprach zuerst mit seinen Mitbewohnern darüber, was passiert war und wählte erst dann den Notruf. Der Freund erzählte Austin, dass er sich mit Sandra gestritten hatte, nachdem er sie beschuldigt hatte, untreu zu sein. Verärgert schlief er auf der Couch. Er sagte, Sandra habe ihn um drei Uhr morgens geweckt und sie hätten sich in ihrem Schlafzimmer weitergestritten, bis er in die Garage gegangen sei, um eine zu rauchen. Kurz darauf hörte er die Kugel und rannte ins Schlafzimmer, um Sandra aufzuhalten, wo sie jedoch bereits verstorben war. Es ist unklar, wie der Freund die Kugel aus der Garage und nicht aus dem Wohnzimmer gehört haben soll, wo er der Polizei und auch allen anderen Mitbewohnern erzählte, dass er sich in dem Wohnzimmer befand, als Sandra sich das angeblich angetan hatte. Als Austin Jahre später befragt wurde, bestand er darauf, dass der Freund sagte, er sei in der Garage gewesen. Die Polizei fand Sandra an die Wand gelehnt auf dem Boden ihres Schlafzimmers, mit einer Waffe neben ihrem Körper. Das einzige Blut an ihrem Freund befand sich an seiner rechten Hand, von der er behauptete, er habe nur ihren Puls geprüft. Im Internet gibt es keine Information darüber, ob an seinen Händen Schmauspuren gefunden wurden oder ob sie überhaupt untersucht wurden. Nachdem Sandras Mutter von zwei Polizeibeamten über ihr Ableben informiert wurde, rief sie Sandras Freund an und wollte sie sehen. Aber dieser weigerte sich strikt. Der Mutter zufolge war erst sehr kalt und sagte ihr, dass sie Sandra sowieso nicht sehen wolle, weil der Inhalt ihres Kopfes überall in seinem Schlafzimmer verstreut war. Er hat es nur etwas heftiger ausgedrückt. Nachdem Sandras Ableben so eingestuft wurde, dass sie sich selbst etwas angetan hatte, begann ihre Mutter zusammen mit ihrer anderen Tochter eigene Nachforschungen anzustellen. Die beiden lockten sich in Sandras sozialen Medien-Account ein und fanden beunruhigende Nachrichten zwischen Sandra und ihrem Freund, in denen er sie beschuldigte, untreu zu sein, sie per Navi verfolgte, Beweise für ihren Aufenthaltort verlangte und ihr drohte, nachdem sie einen männlichen Kollegen nach Hause gefahren hatte, indem er schrieb, Sandra erzählte ihren Kollegen, dass ihr Freund zwanghaft sei und diese Kollegen berichteten, dass er sie oft bei der Arbeit verfolgte, um sich zu vergewissern, dass sie da war. Kurz nachdem Sandras Mutter eine Seite auf den sozialen Medien für die Gerechtigkeit von Sandra eingerichtet hatte, erhielt sie eine Nachricht von Hollys Mutter, die ebenfalls den Verdacht hegte, dass der Freund in das Ableben ihrer Tochter verwickelt war. Holly war eine 22-jährige, alleinerziehende Mutter, die in einem Diner arbeitete. Sie hatte gerade eine Behandlung wegen ihrer Abhängigkeit von Medikamenten absolviert, hatte sich taufen lassen und erzählte ihren Angehörigen, dass sie sich nun endlich auf schönere Tage mit ihrem Sohn freute. Sie lebte in Oklahoma City mit ihrer Mutter, ihrem Sohn und einer älteren Schwester. Am 21. Mai 2011 rief der Freund die Polizei an und teilte mit, dass Holly auf sich selbst eine Kugel abgegeben hatte. Ihre Mutter war beim Einkaufen, als sie den Anruf erhielt, dass Holly im Krankenhaus sei. Als sie nach Hause kam, fand sie Blut im Wohnzimmer und eine Reinigungslösung, die auf dem Waschbecken im Badezimmer abgestellt wurde. Der Freund erzählte der Polizei, dass Holly im Hinterhof eine rauchte, als sie sich das antat. Aber ihre Mutter fand die Zigaretten ihrer Tochter und ihr Feuerzeug in ihrem Schlafzimmer. Tragischerweise erlag Holly bereits am nächsten Tag ihren Verletzungen. Als ihre Mutter das Telefon von Holly durchsuchte, fand sie übergriffige Nachrichten von ihrem Freund, ähnlich denen, die er Sandra dreieinhalb Jahre später schicken würde. Wie Sandra erzählte auch Holly ihren Angehörigen, dass ihr Freund sie bei der Arbeit verfolgte und ihre Konten in den sozialen Medien überwachte. Auch sie versuchte, ihn zu verlassen. Nach Hollys Ableben rief der Freund ihre Mutter an und fragte, ob er einige Dinge abholen könne, die er liegen gelassen hatte. Hollys Handy lag zum Aufladen im Wohnzimmer. Nachdem er wieder gegangen war, bemerkte ihre Mutter, dass alle Nachrichten zwischen Holly und ihm gelöscht wurden. Als der Freund im Juni von der Polizei befragt wurde, stritt er ab, die Nachrichten gelöscht zu haben. Hollys Ableben wurde kurz darauf auch so eingestuft, dass sie es sich selbst angetan hat. Eine Reporterin des Oklahoma, die 2017 eine fünfteilige Serie über Sandra und Holly veröffentlichte, entdeckte, dass der Freund eine Vorgeschichte mit Übergriffen hatte. Eine Ex-Freundin beschuldigte ihn einmal, sie übergriffig behandelt zu haben und obwohl sie dies nie bei der Polizei anzeigte, zeigte sie ihren Angehörigen Fotos von den Wunden. Und nicht nur das, während der Freund Sandra beschuldigte ihn zu betrügen, verfolgte er eine Ex-Freundin online und schickte ihr Nachrichten. Drei Tage nach Sandras Ableben erwirkte diese eine einstweilige Verfügung gegen ihn. Zu den vielen wichtigen Informationen, die die Reporterin bei ihren Nachforschungen herausfinden konnte, gehört die Tatsache, dass der Gerichtsmediziner, der Sandras Fall untersuchte, nicht darüber informiert wurde, dass sie mit einem Mann zusammen war, der zuvor eine Beziehung mit einer anderen Frau hatte, die ebenfalls auf die gleiche Weise verstarb. Dies wäre ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung gewesen, ob Sandras Ableben wirklich so war, dass sie es sich selbst angetan hatte. Die Angehörigen haben nie geglaubt, dass Holly oder Sandra das selbst getan haben. Keine der beiden hinterließ einen Brief und beide stritten sich mit dem Freund, bevor sie verstarben. Statistiken besagen, dass die gefährlichste Zeit für jemanden in einer übergriffigen Beziehung dann ist, wenn man versucht, die Beziehung zu beenden und das scheint bei beiden Frauen der Fall gewesen zu sein. Dank dieser Berichterstattung von der Reporterin wurden beide Fälle im Juni 2017 wieder aufgenommen. Doch im Oktober gaben die Behörden erneut bekannt, dass Holly und Sandra sich das selbst angetan haben sollen. Beide Fälle wurden geschlossen, aber es wurde keine weitere Erklärung für diese Entscheidung abgegeben. zu vertreiben. Beide Fälle und die Beide zu vertreiben. Beide Fälle